Sie können diese Halskette mit persönlicher Bedeutung belegen. Lassen Sie die Koordinaten eines besonderen Ortes auf dem Anhänger eingravieren. Es kann ein Ort sein, wo Sie eine unvergessliche Zeit verbracht, Ihre Liebe zum ersten Mal getroffen oder ein großes Glück gehabt haben. Kreieren Sie ein stilvolles Stück mit besonderem Aussagewert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017